Sehr geehrter Obergemeister, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich dem Lob der Wirtschaftsförderungsgesellschaft anschließen, die diese Idee und diesen Verein auf den Weg gebracht hat. Und das Ziel ist, möglichst viele Akteure im Bereich Digitalisierung zu vernetzen, Wissenstransfer zu schaffen, gemeinsam uns auch mit unseren Expertisen zu stärken. Und das große Ziel ist, Jena auch als digitalen Leuchtturm scheinen zu lassen. Und ja, da ist, denke ich, der Verein ein wichtiger Schritt dazu. Danke.